Als Gemeindemandata liegen mir zwei Punkte besonders am Herzen. Ich sehe es als Verpflichtung für alle Generationen Bergheims, eine Anlaufstelle zu sein. Es ist vor allem wichtig, auf die Bedürfnisse und die Wünsche der Bergheimerinnen und Bergheimer einzugehen. Ob dies im Seniorenheim, im betreuten Wohnen oder junge Bergheimerinnen und Bergheim, aber auch junge Bergheimer Familien brauchen. Und als zweiter Punkt ist mir wichtig, die tatkräftige Unterstützung, die Stabilisierung und die Stärkung der Bergheimer örtlichen Wirtschaft.